Wie komm ich da nochmal hin? Wie komm ich da nochmal hin, weißt du das? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich glaube ich habe eine Idee. Naja, so nicht, okay. So nicht. Ich glaube, da muss ich... Och, nö. Das muss ich den ganzen Weg hier nochmal machen. Mann! Ich hasse diese Zuflucht. Das sei schon mal vorgesorgt. Ich glaub da musste ich... Ah, ja, genau. Trickshot! Oh, come on. Genau. Selbstmord. Selbstmord to get the galbalooms. Oh, come ey. Du musst anwesend sein, wenn ich ne Boss besiege. Falls ich ne besiege. Aber den darf ich schon besiegen, denk ich. Bin ich noch da? Bin ich noch auf Sendung? Okay, diesmal geht's wirklich abwärts. Looms, looms, looms. Irgendwie gefällt mir die Zoll nicht, zu dem Zeitpunkt. Have I ever schon wieder was vergessen? Nein. Abwärts. Ähm... Ich korrigiere, aufwärts. Yeah! Was? 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 Jetzt geht's wirklich ins... ins echte... Zuflucht. Abwärts! Abwärts! Ja! Ich bin so angreif. Das ist mir ernsthaft. Langsam wird's mir blöd. Zu blöd. Äh, Kollege, bist du noch da? Oder ist unsere Befindung diesmal wirklich abgerissen? Naja, ich nerv dich mal nicht weiter. Ja, wenn, dann muss ich halt die Zuflucht alleine machen. Wird dann ein bisschen blöd, weil du den Boss-Fight verpasst, aber naja. Ach so, ich glaub, da musste ich gar nicht jumpen. Genau, es ging weiter. Outsch, das war- Oh, maaan. Hab ich nicht gesehen. Das können wir nicht übel nehmen. Oh, come on! This is not fair! Das wird wohl mehr creepy. Ich bin irgendwie vom Rand magnetisch angezogen, warum auch immer. Ich bin irgendwie vom Rand magnetisch angezogen, warum auch immer. Ja, ich würde mich helpen. Aber da kann ich, glaub ich, von hier unten noch nix machen. Ah, ab da hinten. Naja, da kann ich jetzt den Rest nix von da vorne machen. Und dich, das ist doch so einfach. Um... What the... Wow! Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, 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 boop. Ah, go away, evil tentacles, I hate you! Das kommt mir alles so bekannt vor. Ja ja, diesmal mach ich's mal wieder extrem lang. Hm, na super, ausgerechnet das. Oh, fuck, stimmt, da wollt' ich was. Ich mach hier wieder Suicide von Nothing. Fuck! Ich muss ja warten, bis hier so ne Plattform kommt und die dann als na ja Regenschum benutzen, sag ich mal. Ok, da ist der Tief nix mehr. Und ich höre nen Kollege. Keine Slocke, ich komme auch noch zu dir. Und, 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 hier nix. Aufwärts! Ey, come on! Ich wollte extra mit dir bis zur dritten Zuflucht. Inklusive dritter Zuflucht machen. Yeah. More cages. More life. Now I feel twisted. Okay. Let's go on. Fast geschafft. Fast. Oh, nö! Ich hab wieder ihr creepy Viecher! Ah, da unten. Schon unterwegs. Oh nee. Die tötende Wand. Ah! Damn it! I'm running out of health. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber einen auf Secret Hunter macht so wie ich. Naja, da muss das halt riskieren. Ich weiß, wo die letzte Cage ist. Eindeutig. Yeah. Yeah. Gleich darf ich nämlich richtig fliegen. Mehr oder weniger. Wie gesagt. Das ist nicht gerade meine Lieblingszuflucht. Das war ja nur eine Fake Zuflucht. Das war ja nur eine Fake Zuflucht. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Ne, oder? Bitte! Oh, come on! Hopp, 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 hopp. Ey, fuck! Das kann nicht wahr sein! Oh, please, come on! Irgendwas ist hier faul. Den Schalter, den muss ich da drüben, muss ich doch nicht umsonst betätigen. Oder doch? Hm, ich weiß es nicht. Ich habe alle Kollegas gerettet, aber da bleiben sie mal wieder zwei Looms irgendwo. Oh, fuck! Fuck!